Es war einmal ein kleines Mädchen, das lebte alleine mit seiner Mutter in kerklichen Verhältnissen. Eines Tages konnten sie die Heizung nicht mehr bezahlen und in der kleinen Wohnung wurde es kälter und kälter. Dann kommt die gute Fee, oder Thomas? Leider nein, denn Kinderarmut ist kein Märchen. Auch in Österreich leben Kinder in Armut. Ohne gute Fee, ohne drei Wünsche. Spätten Sie jetzt auf volkshilfe.at Danke, Ihr Thomas Breziner